Was war das? Seht mal, da vorne auch! Hab ich dich? Na? Wollen wir reden? Hä? Oh! 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 Hoppla! Zurück! Keine Chance! Verschwende! Verrecke! Verschwende! Helf weg! Verzieh dich! Das war's dann! Hey! Hey! Zuh! Ha! 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 Zuh! Ha! Feuer! Alles geht! Was hast du? Warte! Was gibt's da bitte zu warten? Nun, also… Was zum… Ah! Huh? Ah! 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 Ah… Vekia! Alles okay? Vielen Dank, Cloud. Wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Okay, Cloud. Vorwärts! Ja, abends und durch. Ah! Es ist raus! Nimm das! Gehen Sie denn? Jo- Und jetzt? Achtung! Dieser Zug fährt über die Flanke von Sektor 7. Zum Auslandsausschuss. Hört auf, uns zu ärgern. Zum Kran geht es dort oben. Zwecklos. Der kriegt keinen Strom. Vielleicht auch einer ihrer Streiche, aber irgendwo muss ich die Stromversorgung steuern lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Gefunden! Das war knapp. Verzieh dich! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Guck dich! Du bist nicht leer! UNTERTITELUNG Ob sich hier auch jemand versteckt? Ich glaub schon. Gefunden! Was? Los! Oh, der Krass! Was? Auf der anderen Seite war, glaub ich, auch eine Tür. Wir müssen wohl einmal drumrum gehen. Oh, der Krass! Aus dem Weg! Feuer frei! Bringen wir es hinter uns! Bis hierhin weiter. Los! Los! Ah! Oh yeah! Ah! 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 Das war's für heute. Tifa! Tifa! Irhabit, Ormus. Oh, oh, oh. Wir haben keine Zeit für eure Spielchen. Mein Umsatz. Jetzt gibt's Dresche. Verzieh dich! Brenne! Donnerstag. Schau! Gericht! Fehl! Los geht's. Verschwinden! Fliegen! Parakel! Verbrechen! Flucht! Endgurt! Attent! Hörst du was? Brennen! Alles geben! Jetzt geb ich alles. Na gut. Feuer frei! Irgendwelche letzten Worte! Hier! Brennen! Brennen! Worte! 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 Feuer frei! Worte! 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 Feuer! Das war's für heute. Ein Versteckspiel. In der Hoffnung, dass euch jemand findet, habt ihr die ganze Zeit gewartet? Wovon redest du? Lasst uns zum Kran zurückgehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer sich einmal hierhin verirrt, der findet nie wieder raus. Vielleicht ist da was dran. Was wohl mit uns passiert wäre, wenn sie uns gefangen hätten? Ich glaube, gefangen sind hier eher die Geister. Redet nicht so einen Unsinn. Aber was, wenn was dran ist? Der Waggon hat sich bewegt. Ob wir jetzt weiter können? Sehen wir nach. Ich glaube, wir sind wieder raus. Ich will keinen Ärger! Luffy, kack! Es war knapp! Sehr gut! Das war's dann! Ja! Weißt du mir das bei kurz? Ja! Verzieh dich! Ja! Jetzt! Der Feind wird geschwächt! Ja! Der Feind wird geschwächt! Ja! Ja! Dann nehmen Sie, hey! Dann nehmen Sie nichts! Geschafft! Nichts wie weg hier! Nanu? Kennst du sie? Marlene? Und die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Es ist gefährlich da. Da darfst du nie hingehen. Werde ich nicht. Noch was. Weißt du, gestern ist Betty mit ihrem Vater... Papa ist spät. Du hast recht. Vielleicht schafft er es heute nicht nach Hause. Marlene, hör mal! Wir müssen ganz schnell zurück zur Bar. Tifa. Alles okay? Ja. Gehen wir. Ja. Gehen wir. Deine. Ich glaube, wir werden sie wieder zurückflogen. Ch Relations,ías. Gehen wir. 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 Oh, die Plattform dreht sich. Jetzt kommen wir vielleicht rüber. Es muss doch einen Ausweg geben. Shit. Ein Ende. Es wird heiß. Volle Konzentration. Brenner. Alles geben. Feuer. Keine Chance. Los. Verbrennen. Geh. 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 Es ist vollbracht. Geh. Geh. Schためine. Geh. 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 Blockiert. Dabei sind wir so kurz vorm Ziel. Hey, vielleicht lässt sich die Lok ja bewegen. Sehen wir nach. Ich glaub, wir haben Glück. Scheint noch zu gehen. Oh, super! Bist du okay? Ja. Was hat das? Der Dissektionscode für die Platte ist... Merkst du? Ja, ja! Wir können sie oberst weit runterstürzen lassen! Allerdings gibt's kein Problem! Hey, nicht ganz so wild, bitte! Wenn wir abstürzen, war alles umsonst! Der Statt der Bericht. Gute Probleme? Ganz im Gegenteil! Die Idioten laufen uns netterweise direkt ins Messer! Wir halten nach von ihnen. Bist du durch das Lager? Je mehr Leute, desto bleiben der beeindruckt. Für euch ist das nur ein Spiel. Ich erwarte, dass alles noch dranläuft. Tiefer. Das mit dem Plan war also wahr. Barret und die anderen werden sich schon zu wehren wissen. Sektor 7 ist nicht mehr weit. Los! Hoffentlich schaffen wir es. Bis zum nächsten Mal. Verstärkung für Sie. Schindra. Seht euch das an! Schindra. Aus dem Weg. Und noch schnell! Nachschlag! Feuer frei! Es ist vorbei! Sehr gut. Verbrechen! Jetzt geht er nie! Pass! Das war ein gutes Training. Okay. Danke. Weiter. Okay. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG